Gleich seht ihr wie ein richtiger Profi-Cämpfer, das macht. Hier hätten wir mein fernbedienbares und selbst aufbauendes Zelt. Seht zu und lernt was. Das war klasse, muss ich sagen. Aber wie kommst du da rein? Ja, sieht irgendwie zerknittert aus. Es ist noch nicht aufgebaut, ihr Idioten. Oh, äußerst geschickt. Genial. Jetzt lockert er den Boden auf. Na, wie tückisch. Schreib das auf, schreib das auf. Voila. Aber was wäre schöner, als einfach unterm Sternenzelt zu liegen? Starker Auftritt, große Klasse. Ja, ganz klar. Also, ich hab jetzt einen Appetit, der ist größer als der Horizont. Es wird Zeit für eine kleine Mahlzeit. Ich vermute, ihr beiden macht euch einen Eintopf aus Zweigen und Blättern. Äh, nein. Wir haben sogar was noch besseres. Marshmallows. Oh, äuß. Oh, äuß. Oh, äuß. Okay. Mit geschmolzenem Essen auf mich zu spucken, beherrscht ihr tadellos. Und was fällt euch sonst noch ein? Tja, nach einem langen Tag beim Camping ist es immer schön, sich bei einem hübschen Lagerfeuerlied zu entspannen. Das hier heißt das Lagerfeuerlied-Lied. Setzt euch ans Lagerfeuer, singt das Lagerfeuerlied. Das Lagerfeuerlied-Lied. Das Lagerfeuerlied-Lied, Lagerfeuerlied. Das Lagerfeuerlied-Lied-Lied geht noch viel schneller, denn erst dann wird es zum Hit. Darum singt es doch ganz einfach mit. Bam, bam, bam. L-A-G-E-R-V-E-A-L-E-D! L-A-G-E-R-V-E-A-L-E-D! Und das Lied geht noch viel schneller, denn der Stunt wird es zum Hit. Darum singt es doch ganz einfach mit! L-A-G-E-R-V-E-A-L-E-A-L-E-A-L-E-A-L-E-D! Lied L-A-G-E-R-V-E-A-L! Kadeus, nicht schlecht! Und darum, und darum, singt es doch einfach mit! Oh, yeah! Und, war das nicht entspannend? Nein, das hier ist entspannend. Oh, nein! Ich rette dich, keine Angst! Thaddeus, geht's dir nicht gut? Genau, kauen, kauen und runterschlucken. So besser? Besser? Mir ging's prima, bis du meine Klarinette mit hochgefährlichem Junkfood beschossen hast. Ich hatte keine Wahl. Es ist zu gefährlich, hier draußen in der Wildnis schlecht Klarinette zu spielen. Es lockt sonst einen Seebären an. Und jetzt erzähl du mir mal bitte, was ich alles nicht tun darf, um ja keinen Seebären anzulocken. Okay, das ist einfach. Erstens spiel nie Klarinette. Weiß ich ja, Walter. Schwenke nie deine Taschenlampe hin und her. Taschenlampen sind ihre natürlichen Feinde. Na sowas. Nicht herumtrampeln, das reizt sie nur. Ja. Und, Walter? Ist auf keinen Fall Käse. Geschnitten oder im Ganzen? Im Ganzen, Scheiben sind okay. Ja, ja, und? Trag niemals einen Sombrero. Der richtig doof aussieht. Oder Clowns Schuhe. Oder einen Reifraum. Und niemals. Gar niemals. Auf gar keinen Fall. Nie. Schrei wie ein Schimpanse. Wow. Unglaublich, was so ein Seebären alles aufregen kann. Es ist ganz furchtbar. Und, und ich weiß nicht, aber ich habe das Gefühl, als ob wir in Gefahr sind. Wieso? Wie soll ich sagen? Einfach so ein Gefühl. Nein. Ja. Nein. Bitte mach das nicht! Tadeo ist alles in Ordnung? Nein.